Guten Tag, lieber Herr Höcke, guten Tag, wie schön für Sie. Ein Kamerad so reichlich deutsch beim Hitler-Porno-Rose-Fäust, braune Suppe ändert sich wohl nie. Oh ja! Ein Gauland ist nicht zu verachten, er hetzt und hasst in alter Tradition. Vom Holocaust, da weiß er nichts, schwarz-weiß-rot wird hier gehisst, mit Nazis hat er aber nichts zu tun. Oh ja! Zu guter Letzt kommt noch Mrs. Leidl, wieso hassen Sie sich so sehr schnell? Ob Sarah weiß, was sie hier tun, Frau Führerin im deutschen Sturm, ob die Beziehung das wirklich ausfällt. Oh ja! Nun, wir könnten hier ewig weitermachen, Meuten, Brandner, Storch, Trupp, Halla. Doch es wird uns unsere Zeit zu schad, drück, blab, drück, Herr Kamerad, rechtsradikal, bleibt rechtsradikal. Die Elite, die auf Resen ist wieder mal und hört, denn ich war in der Kneipe, wenn ich man heut' nach unten stört. Die Rettung ist nah, es wurde nicht erkannt, dabei sitzt die Lösung direkt an der Decke nebenan.